Nach Leihmutter-Schwangerschaft, Kim K. Will viertes Baby Erneuter Familienzuwachs im Hause Kardashian West. Erst vor wenigen Monaten erblickte die kleine Kikago das Licht der Welt. Nachdem Kim Kardashian, 37, während ihrer Schwangerschaften mit Nord, 4, und Sein, 2, wirklich gelitten hatte, hat sie sich bei Baby Nummer 3 für eine Leihmutter entschieden und diesen Schritt offenbar nicht bereut, denn der Reality-Star denkt bereits über ein weiteres Kind nach. Dafür käme eine erneute Leihmutter-Schwangerschaft für sie durchaus in Frage. In der Talkso-Life with Kelly Andron plauderte die Dreifach-Mama ganz offen über ihre weitere Familienplanung. Ich denke noch über ein weiteres Kind nach. Ich habe die Leihmutter-Schwangerschaft wirklich genossen. Spätestens als es ans Stillen ging, habe ich gedacht, okay, das ist die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe, witzelte die Beatty. Dadurch, dass sie das eventuell vierte Baby nicht selbst austragen und stillen müsste, hätte sie viel mehr Zeit mit ihren älteren Kids und könnte sie an das kleine Geschwisterchen gewöhnen. Das hat schon bei Baby-Kicka gewunderbar geklappt seien und ist ganz vernaht in seine kleine Schwester, was ein süßer Schnappschuss beweist, den Papa Canoe West, 40, vor kurzem auf seinem Twitter-Account gepostet hat. Ganz vorsichtig beugt er sich zu dem Baby hinab und gibt ihm ein zartes Küsschen. Danke.